hier ist gerade jemand dabei mit dem namen richard hafer auf youtube stimmt was eigentlich was live streams angeht ich werde wahrscheinlich nie eins machen können es sei denn ihr bekommt hier diesen drecksdorf wo ich lebe noch halt besseres internet weil mein internet mein internet hier ist so schlecht ich kann teilweise nur maximal 240 p oder so stream wenn ich das höhere qualität versuche leck das stream hat mega natürlich also ja das mit live streams wird leider nichts aber ich werde vielleicht ab und zu vielleicht jede zehnte folge oder nach keiner jede fünfte folge wird vielleicht eine premiere oder so ich weiß auch nicht ich kriege ich noch mein freund jetzt kannst du ich nun endlich lang schießen weißt du das ihr wollt also vorbei ihr könnt uns nicht tricksen kein opfer alter was versucht ihr noch durchzulaufen während hier zombies rumgammeln natürlich sind die wieder alle da unten ich versuche da mal rein zu banyop das was move leute kommt da habe ich noch ein weg geschnackst der dass ich das auch noch richtig getan hat der auf dem boden zu springen das passiert nicht oft ja das deswegen habe ich mich gerade so gefreut scheiße wo 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 ja ach man okay ich verpiss mich das war gerade so riskant von der digga na gut ich bin jetzt hier dann rede ich da jetzt einfach rein die halle in den flur hier oder was auch immer das hier sein soll natürlich das ist doch t spawner auch mann glück ist heute ich dich auf meiner seite ihr wollt versuch mich einzuholen alter am arsch habe das gefühl hier oben werden noch zombies rumgammeln er weiß doch dass ich hier unten bin oder ach man kommt schon ich ja hier unten zu springen wäre mein tod gewesen ich denke es schon wird sich das zu 70 prozent der zeit in diesem display als zombie verbringen weil ich aber nichts kann den habe ich bekommen dolphin der ist doch hier oder bei t spawn zombie sohn boah sind hier gerade viele alter nein auch mann natürlich werden die neben mir zombie alter was denn sonst ach man jetzt verkacken die alle schon wieder hier zu befinden was wir voll idioten ich merke schon ich werde in zukunft dieses les plays kein guter freund von setz takia schon heute am anfang der folge ist es das mit der leiter passiert alter und dann im letzten part noch die kacke da als sie ausgastet bin wegen setz tak das hat sich gar nicht gut an weil ich hier ist jemand was was machst du hier ach so nein schon wieder ich bin schon wieder zack willst du mich verarschen was ich hab's doch gesagt ich habe gerade gemerkt dass ich auf der taste haar ein bein hatte ich habe gerade gemerkt dass ich auf der taste haar ein bein hatte egal wieso wusste ich das nicht ok leute mit setz tak wird es doch keine probleme geben in der zukunft digga step bro im stock bisschen knopf dafür war das ich stehe keine fragen mehr digga also ich gehe mal nach unten dort wo action ist weil sonst wird die aufnahme langweilig sind don't run straight ok ich bin nicht straight gelaufen und wurde direkt weg gefickt alter digga wiss ich man kann gefühlt ein finger zeigen vom zombie model digga und die ballern direkt los und wie was weiß ich was ach man ich werde doch wahrscheinlich der letzte überlebende oder so oh mein gott digga der echt richtig scheiße für mich aus ach man ich hasse das von zombies gejagt zu werden das ist wie im zweiten wegkrieg alter als jude ich glaube ich sollte meine fresse halten ach man hat der ist der grad so zurück gelaufen hab keine ahnung was glaube ich gerade überhaupt mit egal ja ich bin halt müde leute da rutscht mir manchmal was aus dem mund was ich nicht sagen will ich denke mal manche von euch also niemand fragt sich vielleicht wo eigentlich justin und der da hat einiges zu tun gerade im leben oder so ich weiß auch nicht wegen tom ich weiß es wirklich nicht bei ihm ich habe ihn halt nicht deswegen überhaupt angeschrieben der meister glaube ich hier hat er hat er sich extra afk gestellt was sind wo man soll ja ich sehe dich ja ich sehe dich außer wegen mikro die aufnahmen normal ok tut mir leid wegen der kurzen unterbrechung nein ok leute oh gott das sieht ja gar nicht gut aus gerade für uns war die fucking noobs alter was können sie denn nicht der film ach man der fängt wieder ein ich hatte das nicht ganz verstanden also ich weiß es kommt jetzt random aber ich hatte einmal eine map für diesen server hier zombie hunting version 3 und auch version 1 also ich wusste nicht auf welchen server der vielleicht drauf kommen könnte aber eigentlich war der für version 3 also war das ich habe eine map gemacht quasi für diesen server hatte das so ins forum hochgeladen gepostet neun neue topic gemacht da nicht topik diskussion und du weißt schon meine map der halt vorgestellt und so und die fanden es gut aber irgendwie das mit dem playtesten ich meine die maps die sollten ja irgendwie gebalanced sein wie man hier an diesen scoreboard sieht 4 zu 0 und ja die wollten die map sollte dann halt auch geplaytestet werden natürlich aber es kam nie dazu meine map selbst noch also ich habe vielleicht locker zwei drei mal atmens gefragt und die hatten irgendwie alle keine zeit oder so da konnten das nicht machen ich weiß auch nicht was immer war und dann habe ich aber aufgegeben zu fragen und jetzt ist das aber wahrscheinlich einfach in dem ordner vom server und verrottet einfach cool es war die ctm das zwei ctm storm das zwei ist irgendwas mit sturm glaube ich ach man ja ich darf mich auch über diesen server auflegen ja das ist ja jetzt darf ich glaube leute genau alle so geht ja nicht alle gleichzeitig rein achtiger dieses dieser dieses regal wenn man darauf springt wird mehr zurück geschubst das ist ja einfach drei milliarden eq btf die runde dauert jetzt noch drei minuten soll ich jetzt drei minuten ich hier also gleich verrecken und wieder verrecken und wer mache ich mal ich wollte dass diese aufnahme eine stunde dauern wird dann oder wenigstens nach wenigstens eine halbe stunde ich überlegst noch ich bin halt einfach müde deswegen kann es sein dass ich zwischendurch mal einfach kann nicht mehr weitermachen wir sind die hier ernsthaft zombies geworden was seid ihr denn für opfer mann 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 ja deswegen in meiner map vorhin ne es war schon immer so alter kaum die packen eine neue map rein und der admin lädt das dann halt dann machen viele leute direkt rtv und im schlimmsten falle ist es halt direkt sogar über stimmen die worte beinhalt egal was hast du denn für keine hobbys che der du du und und der den die